So Leute, da sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Psychonauts und wir sind immer noch in Oleanders Verstand drin und müssen diese Prüfung hier bestehen. Hier ist alles von Krieg heimgesucht, sag ich mal. Ja, das stimmt. Doch, da komm ich durch. Ich glaube, wenn wir den bestanden haben, dann haben wir es sogar schon geschafft. Aber der ist wirklich ziemlich heikel, sag ich mal. Denn hier dreht sich alles. Und das zu Recht, sag ich mal. Denn hier ist alles voller Stacheldraht und alles ganz böse angelegt. So, müssen wir mal drüber springen, so. Sonst tun wir uns weh und man darf auch nicht runterfallen. Und ich mache hier nichts. Und das dreht sich alles wirklich von alleine, so. Ach, verdammt. Im Grunde genommen ist es nämlich eine gerade Strecke, so. Und das müssen wir halt eben bestehen, so. Aber gut, so schwer ist es letztendlich auch wieder nicht. Gut, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Aber, äh, mein Gott, äh, das ist das erste Level hier. Och Gott, es ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Tutorial. So ein ziemlich gutes Tutorial, weil man hier eben sehr viel lernen kann. Und selbst diese Sicht hier, ähm, wenn wir das hier bestanden haben, das wird uns noch sehr gut im Gedächtnis bleiben. Denn es wird definitiv nochmal ein Level kommen, wo es ähnlich aussieht. Hier ist sogar noch ein bisschen abstrakter, sag ich mal. Also, allein dieses ganze Spiel alleine schon abstrakt für sich, sag ich mal. Aber hier muss man einfach nur, äh, sehr gut mit der Kamera umgehen können. Und man darf auch nicht runterfallen, so. Muss halt ein bisschen aufpassen hier. Ansonsten geht das eigentlich hier, so. Ich habe halt gerade ein bisschen Scheiße gebaut, so. Und da hätten wir es auch schon geschafft. Auf das Spinnen jetzt können wir ja verzichten, weil wir das ja eh noch nicht können, so. Hallo? Äh. Denn wohl zu früh. Es sieht wohl so aus, ähm. Dann gehen wir doch mal da hinten in den Raum rein. Also, da ist es hell, da können wir reingehen. Was ist denn das? Ein Fenster? Ein Bild hinter einem Vorhang? Einen Moment, mein Sohn! Was zum Teufel hast du hier drin eigentlich zu suchen? Auch nichts weiter, nur den Ausgang. Oh, tut mir leid, dass du es so schnell geschafft hast. Frag mich, wie du es überhaupt geschafft hast. Du hast mich überrascht, Kleiner. Hier, du hast es verdient. Oh. Dein erstes Psychonaut-Abzeichen. Herrlich. Und damit hätten wir das erste Psychonaut-Abzeichen von, ich weiß gar nicht, insgesamt von zehn oder zwölf oder so, oder? Augenblick. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie macht neun, zehn, glaube ich. Ja. Ja, es sind insgesamt zehn, die wir einsammeln müssen, glaube ich. Oder neun. Ich bin stolz, dass ein Soldat lebend aus dem Feld zurückkehrt. Jetzt entschuldige mich. Ich muss zurück. Da warten ein paar gute Männer auf mich. Okay. Naja, die erste Prüfung hätten wir ja bestanden. Damit schauen wir uns mal ein bisschen hier im kompletten Sommerlager um. Du hast uns alt aussehen lassen. Du kriegst Ärger. Bobby's Hilch ist sauer. Oh, sieh dich bloß vor, du Brillen-Heini. Ist was, Filz-Bammel? Hä? Hast du ein Problem? Hey, ihr Hirnis. Nur die Ruhe. Wie? Hast du Angst, dass ihm was zustößt, deinem Freund? Nö. Aber Sascha, nein. Steht direkt hinter euch. Hä? Deine Leistung, Juga-Kadett, war überragend. Melde dich in meinem Labor zum Training für Fortgeschrittene. Oh. Oh. Patz, der Spatz ist jetzt in der Spezialklasse. Benni, erinnere mich, ihm eine Spezialabreibung zu verpassen. Ja? Das sind doch Penner. Diese Tests sind unautorisiert. Ich kann dich nicht bitten, zu kommen. Aber wenn du zufällig da bist, was kann ich dafür? Ich hab hier noch was für dich. Denk daran, du hast ein einmaliges Talent, Rasputin. Ein Knopf? Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Äh. Okay. Moment. Ich weiß gar nicht, wo ihr Labor ist. Ist das eine Art Test? Vielleicht? Manchmal ist Isolation gar nicht so übel. Sie führt zu wichtigen Entdeckungen. Und jetzt höre ich Stimmen. Toll. Dann bist du alles krank hier. Ras hält ein Gegenstand in der Hand. Um diesen auf eine Person anzuwenden, gehst du zu ihm, ihr und drückst Y. Ja, können wir hier noch nicht machen, denn hier wäre es unnütz. Deswegen gehen wir erstmal wieder runter hier. Ich könnte auch runterspringen, aber mein nicht. Oder auch doch. Ich meine, wehzutun ist mir sowieso nicht. Können die jetzt auch genauso gut rüber gehen, weil die wollen Zoll haben. Hättest du vorher dran denken sollen? Ich habe vorher dran gedacht. Darum bin ich ja hier. Genau. Jetzt musst du Zoll zahlen. Eine Pfeilspitze. Wer zahlen? Ich habe dieses Ding gefunden. Such dir etwa so etwas? Das ist eine Pfeilspitze. Wie kommen die hier her? Franke, kann der Neue wirklich so blöd sein? Das Lager wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut und... Hey, toll. Die Indianer haben hier ihre Toten begraben? Nein, natürlich nicht. Sie haben ihre Pfeilspitzen hier begraben. Sie sind im Boden vergraben, aber manchmal steigt ein bisschen Gas auf. Genau wie Coach Oleander. Wenn du also eine siehst, sieh sie einfach aus dem Boden. Wie Trüffel. Auf jeden Fall will ich eine haben. Das ist doch krank. Ah ja, immerhin kommen wir jetzt hier durch, so. Jetzt wird hier Lade. Jetzt Vögeln und Bäume im Hintergrund. Hey, du da! Komm her! Ohne Wichte keine Schnitzeljagd! Melde dich wieder, wenn du genug Zeug für deine erste Beforderung hast. Jetzt zisch ab! Äh... 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 Wo bekomme ich... Hey, wo ist der hin? Der ist doch krank. Wie schaffst du, der alte Knacker so schnell zu verschwinden? Naja. Und da ist Michael. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt schon hier drin sind. Ich kann euch mal was Lustiges zeigen. Denn es gibt eine kleine Band hier in diesem Haus hier. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt schon hier drin sind. Ich meine, die müssen schon hier drin sein. Ähm... Und die lagern wirklich eine unglaubliche Menge an Scheiße. Weil die halt eben hier so, äh... So, so, so Bandproben hier machen. Ich zeig euch das mal. Ich fand's immer sehr lustig. Ja, die sind schon hier drin. Hey, warum hörst du auf? Oh, ich dachte, du hättest aufgehört. Nein, 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 nein. Legen wir los. Das sind die Firestarters. Keine Sorge. Wir fangen einfach nochmal da an, wo wir das Dings machen. Und los. Zwei, drei, vier. Und die beiden sind echt so blöde. Die kriegen das wirklich die ganze Zeit über nicht auf eine Kette. Wirklich... Hey Phoebe, kann ich dich mal was fragen? Was richtig ist, auf die Reihe zu kriegen? Sag ich mal. Hattest du jemals einen seltsamen Albtraum von einer Badewanne? Hey, ist das eine Witzeinleitung? Äh, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Gut, denn wenn du noch einen Drama-Witz erzählst, gib's was aufs Auge. Und die ist wie dieser eigenartige Kerl, bei dem ich jetzt beispielsweise Sachen kaufen könnte. Ich habe doch gesagt, die Burger sind nicht fertig. Äh, nein, haben sie nicht. Die Kohle ist nicht heiß. Es dauert noch, bis sie fertig sind. Ungefähr eine Woche. Eine Woche? Sie sind schon bestellt. Ich arbeite allein hier. Sowas dauert halt. Ich will ja nicht mal einen Hamburger. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Also, was willst du dann? Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Die sind froh, die Spinnweben los zu sein. Und du kannst sie gegen Psi-Karten tauschen. Ja, das ist eben dieses, äh, ja, dieses Teil, womit man Spinnweben wegmachen kann. Aber das kostet, äh, ganze 800 Pfeilspitzen. Und wir haben nur vier und das können wir uns partout nicht leisten. Deswegen gehen wir erstmal... Gut, sammle mehr Pfeilspitzen. Ja, ich weiß, ich muss Pfeilspitzen sammeln. Aber ich gehe erstmal zu, äh, Sascha Nein, der ja einen Auftrag für uns hat. Ich weiß gar nicht genau, wo der sich jetzt befindet. Denn dieses Sommerlager ist wirklich ziemlich groß. Und deswegen, äh, kann man wieder sagen, dass dieses Spiel eigentlich kein Jump'n'Run, sondern ein, äh, ja, ein Action-Adventure ist. Ähnlich wie Zelda, kann man fast schon sagen. Deswegen schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Und wir schauen, ja, wie gesagt, wir schauen uns erstmal ein bisschen hier den ganzen Sommerlager um. Schau mal, wenn ich das Hindernis verkurte! Ach, ihr blöde seid das. Hey, Ralf! Toll gemacht! Du bist jetzt sicher schon ein Psychonaut! Ja, oder sogar ein Doppelpsychonaut! Ha, aber nein, noch nicht. Aber hoffentlich bald! Wow, die beiden sind wirklich lieb! Nein, die beiden sind einfach nur stroh-dumm. Die sind so, äh, nicht Sternhagel-blöd. Äh, Gepika, äh, äh, Wildnis. Da gehen wir einfach mal hin. Irgendwo, ich weiß es nicht genau, irgendwo befindet sich hier das Labor von Sascha Neiner. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ähm, ja, wir sollten eigentlich schon ganz in der Nähe sein. Hey, du bist der Neue, wenn ich mich nicht irre! Ja, klar! Nun, ich bin jetzt bereits in der fortgeschrittenen Ausbildung, wie ihr wissen müsstet. Vielleicht solltet ihr mal langsam damit aufhören, mich der Neue zu nennen. Moment mal, du machst doch nicht etwa die fortgeschrittenen Ausbildung bei Sascha Nein in seinem geheimen unterirdischen Labor? Ja, klar! Ah! Ja, genau da! Hailex Blechler! Hm, schön, dich gekannt zu haben! Ihr seid doch krank, ihr beiden! Äh, darf ich hier jetzt richtig rum? Bö! Eine Katze ihn! Bö! Bö! Was zum Teufel! Einige Scheißerse! Hey, warst du das? Nämlich so angestattet? Jetzt bädet dir bloß nichts ein! Außer dir laufen hier noch eine ganze Menge anderer Leute herum! Nein, gerade eben! Im Wald! Nein, es muss was anderes gewesen sein! Was ist denn, du bist krank? Nett! Du solltest Grußkarten verfassen! Ich hab eine Art Schatten da draußen gesehen! Laut! Glutzen! Ich kenne nur ein Wesen, auf das diese Beschreibung passt! Es versteckt sich an dunklen Orten und beobachtet kleine, arnungslose, unschuldige Kinder von Weitem! Echt? Welches? Du, du Baumhocker! Hahaha! Das ist doch krank! Aber Lilly wird uns nach und nach immer wohlbesonder werden, weil sie im Grunde genommen gar nichts gegen uns hat! Ich sag mal, im Gegenteil! Sie ist eigentlich ziemlich scharf auf Rasputin, sag ich mal! Man sieht, da ist das Labor von Sascha. Nein, da gehen wir erstmal hin! Aber man darf mit Rasputin nicht ins Wasser springen, denn Rasputin ist sehr, sehr... Allergisch gegen Wasser, oder auch Wasser, und das, äh... Wie er durch ein Loch in die Mädchenhütte geguckt hat! Hallo! Hey, Dogen! Ich verrate dir ein Geheimnis! Nils! Bö? Hey, das ist nicht her! Flüstern ist unhöflich! Was hat er dir gesagt, Dogen? Ich verstecke mich! Guck mal, dann spreche ich mit dir! Hey, Elka! Hey, mach die Fliege! Ach, leck mich doch! Wolltest du dich selbst sehen? Und hier befindet sich das geheime Labor von Sascha. Genau genommen hier in dieser Zelle. Ach, du schon wieder! Danke! Ich dachte schon, ich müsste meinen eigenen Arm essen! Du bist doch krank! Was ist das für ein Ding? Das ist eine GPK! Eine geodetische Psychoisolationskammer! Oh Mann, ist das cool! Cool? Du weißt wohl nicht, wozu das Ding überhaupt gut ist! Etwas Cooles? Oh nein! Das ist ein Deprivationspanzer für den sechsten Sinn! Ein hermetisch abgeriegelter, metaphysischer Kasten! So etwas wie Einzelhaft für Paranormale! Und der Coach hat sich da drinnen eingesperrt? Quatsch! Das Personal hier verwendet die GPK schon seit den 50ern nicht mehr! Barbie hat mich da reingeschubst! Schläger und Sfältlinge sollten nur ihr Reise rumschubsen! Während in Killbox vielleicht aufgefallen, riesige Bär mit Haut, wo Fels sein sollte? Ich habe da drinnen gar nichts gesehen! Darum geht es ja! Ah! Genau! Jetzt leer! Viel Glück, ihr Kleinen! Hey, warte! Ihr beide seid doch krank! Ich habe ein Sonderangebot im Hauptladen! Hört ihr? Traumwatte! Sehr bekömmlich! Man sollte stets die Taschen voll haben, um seine geistige Gesundheit zu stärken! Ja, es wäre definitiv Einkauf wert, aber jetzt gerade nicht. Erstmal gehe ich hier rein. Und wir haben ja von Coach Oliander... Ich hoffe, es würde einer der Knöpfe fehlen! Ja, ja! Und wir haben ja von Coach Oliander diesen Knopf hier gerichtet, Saschas Knopf, den setzen wir jetzt hier ein, so! Und blöpp, so! Dementsprechend können wir jetzt hier runter gehen! Denn es ist eigentlich nur ein Knöpel für die Geheimtür, so! Und hier ist nämlich Sascha Nines Labor, einer der größten Psychonauten der ganzen Welt! Ich melde mich zum Training für Fortgeschrittene! Ja, gehen wir erstmal hier runter. Es ist ein bisschen eigenartig hier. Was der für ein eigenartiges Labor hat und lasst eine Karte... Hä? Wer damit? So, wunderbar. Ähm... Na, hier runter. Jetzt nochmal eine Karte. Was lernt man denn hier? Löffel verbiegen? Feuerchen legen? Moin, moin! Ich habe schon viel von diesen Kopfexplosionen gehört und mich gefragt. Wissenschaft, Rasputin. Das praktizieren wir hier. Keine Taschenspielertricks. Wenn du es ernst meinst mit der Erforschung deines Verstandes, geh zum Gehirnmixer und fang an. Gehirnmixer? Bö! Na ja, okay, gehen wir einfach mal in den Gehirnmixer, so. Hey! Wofür ist dieser komische Föngut? Ah, du bist bereit für den Gehirnmixer. Mit diesem Gerät schicken wir dich tief in deine eigene Psyche, um dort beispiellose Einsicht und Macht zu gewinnen. Ausgezeichnet! Dann mix mal los! Jetzt entspann dich. Das tut nicht weh. Es sei denn, es passiert etwas ganz Schlimmes. Ihr seid doch alle krank. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich bin krank. Ja, ich bin krank. Wow! So sieht es also in meinem Verstand aus? Das ist er noch nicht. Du reist noch durch die Astralebene. Ne. Dies ist ein Teil der Zone, die man als kollektives Unterbewusstsein bezeichnet. Dort ist das Unterbewusstsein aller Wesen vernetzt. Du hast gerade erst mit deiner Ausbildung begonnen, Rasputin. Viele der Türen, die zu einem anderen Bewusstsein führen, sind noch außerhalb deiner Reichweite. Je mehr du die geistige Welt erforschst, desto mehr Verbindungen öffnen sich. Momentan kannst du nur eine einzige unterbewusste Welt betreten. Deine eigene. Na. Tritt hindurch und wir können weitermachen. Hm, okay. Machen wir das einfach mal. Wo ist die denn da vorne? Man sieht, hier sind ziemlich viele Türen und das sind alles Türen, in die wir noch reingehen müssen, weil das alles Level sind, wo wir reingehen müssen. Das sind wirklich eine ganze Menge. Aber erstmal gehen wir in unsere eigene rein. Hier ein Experiment. Es wird hier lade. Herrlich. Es wird so richtig herrlich, hier lade. Rasputin, kannst du mich hören? Ja. Sascha? Ja. Wo bin ich? Du bist in deinem eigenen Verstand. Aber ich weiß nicht wo. Sag, was siehst du? Äh. Einen klapprigen Zigeunerwagen. Erkennst du ihn? Ja. Dort wurde ich geboren. Ich verstehe. Faszinierend. Naja. Erstmal sammeln wir hier die ganzen Trugbilder ein. Äh. 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 Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Egal, komm. Äh. Sascha. Ne? Ich geh jetzt in den Wagen. Was siehst du da drinnen? Ne? Was ist das denn hier? Oh oh. Was? Nein. Ich finde, er ist raus. Rasputin, sag mir, was geschieht. Nun, ich sitze in so einem kleinen weißen Raum. Hm. Wie klein? Richtig klein. Fühlst du dich gefangen? Nein. Eingesperrt? Nein. Zubedeckt wie lebendig begraben? Nein. Ah, ich will hier raus. Findest du den Ausgang? Ich kann überhaupt nichts sehen. Kannst du dich freikämpfen? Hä? So. Aha. Ah. So. Klatsch. So. Rasputin, bist du okay? Was siehst du jetzt? Bäh? Ich sehe ein kleines, hasenähnliches Tier. Hm. Ein ungewöhnliches Tierwesen symbolisiert dem Traumhof deine Urangst oder Erinnerung. Folge ihm. Es könnte dich zu etwas Wichtigem führen. Ja. Okay, Mr. Bunny. Wir bleiben zusammen und wo du hingehst, geh auch ich hin. Wir beide sind ein Team. Hey! Komm zurück! Hm. Okay. So. Unbekannter tierischer... Äh... Unbekannter tierischer Wesenheit. Hässchen. Äh... Was? Egal. Ich mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss. Also ich speichere hier ab. So. Ne? So. Und mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.